Das ist Schwaben im Gebrauchtwagen-Check der Porsche 911, Modell 997, gebaut von 2004 bis 2012. Ein echter Traumwagen, dieser 911er als 997 Turbo S, mit der Farbe, die hier verfügbar ist, eisblau metallisch, ein wunderschönes Blau. Tja, der 911er ist wirklich einer der schönsten Autos der Welt. Und auch beim Gebrauchtwagen-Check, so ein Fahrzeug mit 119.000 Euro, ist natürlich schon heftig. Hier neben haben wir den Nachfolger, der sieht noch geiler aus. Der Turbo S, ein richtiger Traum mit 530 PS, eine wirkliche Top-Qualität. Und zum 300. Review haben wir dieses traumhafte Auto in unserem Gebrauchtwagen-Check. Tja, zu den Stärken natürlich Top-Design, Top-Verarbeitung, ein riesen tolles Auto, die TÜV-Bilanz auch top. Es gibt wenig Mängel beim 997er Porsche, dem 911er, wie er von 2004 bis 2012 gebaut wurde. Zu den Schwächen natürlich der hohe Unterhalt, dann wenn Reparaturen kommen, wird es teuer. Die Bremsen sind recht teuer, die Unterhalt- und Warnungskosten fressen einen dann schon auf. Aber er ist ein wirklich Top-Auto, was von uns natürlich 5 von 5 Sternen bekommt. Und ein besonders empfehlenswert, weil es einfach ein Traumauto ist. Und wer es sich leisten kann, der kann es sich leisten. Und wer es sich leisten kann, der kann es sich leisten.